Wir sind so wertvoll, nicht wahr? Jeder Mensch soll leben, jeder Mensch soll glücklich sein. Das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz. Du glaubst, alle Menschen sind gleich, sind sie nicht? Sind sie nicht. Das ist mein Plan, das möchte ich gern tun. Lasst uns einfach die Welt reinigen. Vielleicht können wir übrigens dann das Leben etwas mehr genießen. Haben Sie jemals überlegt? Wie weit Sie gehen würden, um die Gesellschaft, die Sie kennen, zu erschüttern? Haben Sie jemals darüber nachgedacht? Eine Abwärtsspirale, bis ans Ende aller Zeiten. Und wir haben keine Chance zu überleben. Er hat es getan. Mein Name ist Evan Rins. Fährt dir was ein? Oh mein Gott, hier sehen Sie alle rum. Feuer! Die Ägler hat ehemalig gestanden. Rampage 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 Untertitelung des ZDF, 2020